Hey Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und schau mal Katja, wir befinden uns hier in unserem süßen kleinen Häuschen. Und das Coole an unserem Häuschen ist, dass wir direkt gegenüber von einem super 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 coolen blauen Flughafen wohnen. Wir sehen hier auf jeden Fall das Terminal, hier ist der Hangar und da vorne ist die Start- bzw. Landebahn. Und hier nebendran ist der Tower, das ist super 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 doll nice. Und Moment mal, hier vorne steht ein Pilot, vielleicht können wir dem ein bisschen helfen, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir können ihm mal fragen insgesamt, hier haben wir auf jeden Fall den Check-in Bereich und den Security Bereich. Wir sehen hier auf jeden Fall alle Flughäfen, wir sind ganz genau hier an dem blauen Flughafen insgesamt. Dann haben wir hier oben noch den grünen Flughafen und hier unten den roten Flughafen, das ist super 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 doll nice. Und Moment mal, hallo Pilot, was machst du denn hier? Hallo ihr beiden, könnt ihr mir helfen? Ich habe mich verletzt und kann nicht fliegen. Ihr müsst unbedingt die Waren zum grünen Flughafen bringen. Ihr findet eure Flugzeuge im Hangar. Yeah, wir können dir auf jeden Fall helfen. Okay, wir müssen die Waren hier vom blauen Flughafen da ganz ganz nach oben zum grünen Flughafen bringen. Was ist da los? Das ist ja super 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 doll weit. Wir können bei Kata hier durch den Security Bereich durchgehen insgesamt. Dankeschön und Dankeschön. Liegst du? Ich blieb nicht. Ich auch nicht. Komm, weiter geht es hier zur Start- bzw. Landebahn. Hier haben wir schon ein richtig doll cooles Flugzeug. Hier steht auch eins. Und hier im Hangar sollen sich unsere Flugzeuge befinden, mit denen wir zum grünen Flughafen fliegen können. Und hier haben wir die ganzen Kisten bzw. die ganzen Waren, die wir mitnehmen müssen und dort abliefern. Okay, was haben wir denn hier für Flugzeuge? Wir haben hier richtig doll coole Jets. Wir haben auch Helikopter. Das ist nice. Als allererstes nehme ich natürlich hier die ganzen Kisten mit insgesamt. So und so. Und wir müssen uns vor allen Dingen auch richtig richtig doll schnell beeilen. Und mit was fliegen wir jetzt zum grünen Flughafen? Hm, ich würde dieses Flugzeug hier aussuchen. Ja, ich glaube das ist ganz cool. Das platziere ich hier vorne mal auf der Startbahn insgesamt. Das ist super 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 doll nice. Moment mal, das wird ganz genau hier platziert. Oh, wie cool das Flugzeug aussieht. Okay, ich kann mich hier auf jeden Fall reinsetzen insgesamt. Das ist super 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 doll nice. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Treibstoff, um das Flugzeug hier zu befüllen. Ich gehe mal ganz kurz hier noch ein bisschen Treibstoff holen insgesamt. Zack, 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 zack. Das nehme ich alles mit. Sehr gut. Okay, das müsste auf jeden Fall locker ausreichen. Dann kann ich hier wieder als Pilot ins Flugzeug einsteigen. Und zack, sehr gut. Das kann ich jetzt hier auffüllen. Und das Flugzeug füllt sich. Das ist sehr gut. Okay, bist du bereit, Kata? Ich fliege los. Und. Ja, das machst du nicht gut. Ich starte, ich starte. Oh, bitte nach oben, bitte nach oben. Es klappt. Sehr gut. Und ich bin gestartet. Oh, wie schnell ich bin. Das ist jetzt super super doll nice. Oh, ciao, Kakao. All ich hier, Kata. Ich sehe dich da unten. Hallo. Wie cool das ist. Okay, ich muss jetzt auf jeden Fall zum grünen Flughafen insgesamt. Ja. Dann geht es auf jeden Fall hier vorne in die Richtung insgesamt. Dort müsste sich der grüne Flughafen befinden. Okay, ich fliege hier lang tatsächlich. Das ist der grüne Flughafen. Sehr gut. Wie cool ist das denn? Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall hier landen und die gesamten Waren abgeben. Das macht super 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 doll viel Spaß hier als Pilot. Okay, hier bitte langsamer werden. Oh, ne, 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 ne. Uh. Okay, ich bin noch ein bisschen schnell insgesamt. Okay, warte mal. So hier nochmal im Kreis drum herum fliegen. Uh. Und langsamer werden, langsamer werden. Bitte langsamer, bitte langsamer. Das ist richtig ein Knifflick hier insgesamt. Ich bin langsamer geworden. Oh, ne, bitte hier landen, bitte hier landen. Ne, 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 ne. Ja, langsam, langsam, langsam. Und ich bin hier gelandet. Das hat sehr gut geklappt, hier zu landen. Ich kann jetzt hier auf jeden Fall beim grünen Flughafen meine acht kleinen Kisten und neun großen Kisten abgeben insgesamt. Und hier haben wir einen Mitarbeiter vom grünen Flughafen. Hallöchen. Hallo, Epic. Hast du unsere Kisten dabei? Ja, die habe ich alle dabei. Du kannst sie gerne in den Hangar stellen. Das mache ich. Die acht kleinen Kisten werden hier platziert. Bitteschön, bitteschön, bitteschön und bitteschön. Und die neun großen Kisten platze ich natürlich hier auch im Hangar. Damit haben wir hier die Aufgabe des Piloten am blauen Flughafen. Ne, erledigt. Sehr gut. Könntest du mir helfen? Oh, kein Problem. Ich kann dir helfen. Ich habe auf dem Meer mein Boot verloren. Auf diesem befindet sich mein Hund. Oh, nein. Könntest du nach ihm suchen und ihn mir zurückbringen? Das mache ich auf jeden Fall. Oh, das ist absolut ganz und gar nicht gut. Okay. Irgendwo hier in der Nähe auf dem Meer ist auf jeden Fall ein Bötchen mit einem kleinen Hundi drauf. Oh nein, der Arme. Ich glaube, dazu hole ich mir hier auf jeden Fall einen Helikopter. Ja, das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Treibstoff. Den nehme ich auch mit. Da werde ich als allererstes zum blauen Flughafen fliegen, dort Karte abholen. Und da können wir zu zweit hier aus dem Helikopter nach dem Abend kleinen Hundi suchen. Okay, dann geht es auf jeden Fall erstmal hier vorne in die Richtung ab zum blauen Flughafen, um Karte abzuholen. Das macht wirklich super, 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 super Spaß, hier als der Pilot zu arbeiten. Oh, wie cool. Okay. Da sehe ich auf jeden Fall schon unser Haus und natürlich hier den blauen Flughafen. Eppi. Hallo, Karte da unten. Moment mal. Hallo, da bist du ja wieder. Oh, da bist du. Ich sehe dich da unten. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, bitte dich runterblumpsen. Äh, ich höre dich. Hier nach unten. Moment mal, ich lande hier. Oh, nee, 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 nichts kaputt machen. Wow. Ich bin gelandet. Karte, 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 ich habe alle Kisten beim grünen Flughafen abgegeben. Aber wir müssen jetzt schnellstmöglich irgendwo auf dem Meer nach einem Boot beziehungsweise nach einem Hundi suchen. Die sind dort verloren gegangen. Oh. Okay, warte mal. Ich setze mich hier in den Helikopter rein. Du kannst dich neben mich setzen insgesamt. Ja. Und schau mal, Karte. Oh, es geht nach oben. Bitte nach oben, bitte nach oben. Das ist richtig dann cool. Wir müssen hier ab. Oh, oh, nein, 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 nein. Okay, das bedeutet, es geht auf jeden Fall hier vorne geradeaus. Und irgendwo hier auf dem Meer müsste sich ein kleines Bötchen befinden. Wir müssen auf jeden Fall hier alles sehr, sehr gut im Blick behalten. Ich versuche so viel zu gucken, wie es geht. Ja. Bis jetzt sehe ich hier aber nichts. Ich sehe hier auf jeden Fall auch schon mal weit und breit ganz und gar nichts. Nein, 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 nein. Ich sehe hier kein Boot und auch kein Hundi auf dem Boot. Ich fliege mal ein bisschen tiefer insgesamt. Moment mal, ganz genau so. Aber ich sehe hier tatsächlich weit und breit kein Hundi und auch kein Boot. Nein, ich sehe auch nichts. Nein, 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 nein. Ich kann mal ganz kurz mich ein bisschen in die Richtung drehen. Hier sehe ich weit und breit tatsächlich ganz und gar kein Stumpf. Nein, ich sehe auch nichts. Und auch kein Hundi. Nein, 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 nein. Mit mal da vorne. Ich sehe, glaube ich, was. Was ist das denn? Ist das denn? Oh, da ist ein Schiff. Ist da auch ein Hundi drauf? Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal, ich fliege mal dorthin. Da ist auch ein Hundi. Das ist ein Hundi. Oh, mein Gott. Tatsächlich. Schau mal hier. Ich kann ihn holen. Ich kann ihn holen. Ja, ja, das ist sehr gut. Warte, warte, warte. Ich versuche so weit wie möglich hier nebendran runter zu gehen. Ich kann absteigen. Ich kann absteigen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du kannst den Hundi retten, Katja. Komm, komm, komm. Warte, 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 warte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, 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 ja. Ich habe ihn. Du hast ihn tatsächlich. Warte, warte, warte. Ich versuche neben dir runter zu kommen, dass du mit dem Hundi einsteigen kannst. Ja. Und warte, ich komme näher. Dankeschön. Bitte einsteigen, bitte einsteigen. Okay, der geht schnellstmöglich zum grünen Flughafen. Das hat ja super, super, super doll gut geklappt. Zum Glück haben wir das Boot mit dem Hundi hier mitten auf dem Meer gefunden. Wie gut. Und schau mal, Katja. Hier vorne befindet sich schon der grüne Flughafen. Ich werde ganz genau hier vorne landen. Moment mal. Und bitte ein bisschen langsamer werden. Sehr gut. Und es wird ganz genau hier gelandet. Und bitte aussteigen, Katja. Zack. Und zack, ich bin auch ausgestiegen. Oh, der kommt, der fliegt doch ein bisschen weiter. Ja, ich habe den perfekt geparkt. Okay. Oh, und du hast den süßen Hundi. Ja. Den können wir jetzt hier vorne abgeben. Das hat super, super doll gut geklappt. Oh, wie süß der aussieht. Oh, wie cool. Das ist der Bessitzer. Hallo. Schau mal, wen wir hier haben. Einen Wurfbett für Sie. Oh, ihr habt Herbert wieder gefunden. Danke euch. Kein Problem. Könnt ihr mir am roten Flughafen XXL Hundefutter besorgen? Ähm. Ja, das könnt ihr machen. Im Hangar findet ihr neue Flugzeuge. Es gibt hier neue Flugzeuge, um zum roten Flughafen hinzufliegen. Ja, wie cool ist das denn? Ja, ja. Wir bringen dir ganz, ganz, ganz viel Hundefutter vom roten Flughafen. Und Moment mal. Wow, wir haben hier tatsächlich richtig, richtig coole Flugzeuge. Okay. Damit, Katja, geht zum roten Flughafen. Ganz, ganz, ganz viel Hundefutter besorgen. Okay. Let's go. Das Flugzeug platziere ich hier vorne hin. Das wird ganz genau hier so platziert. Und das neue Flugzeug sieht ja super, super, super doll cool aus. Okay. Hier kann ich auf jeden Fall einsteigen. Natürlich wird das Flugzeug auch wieder befüllt insgesamt. Wie cool das aussieht. Oh, das ist sehr nice. Okay, okay. Dann kann ich auf jeden Fall hier beschleunigen. Und bitte schneller werden, bitte schneller werden. Ab nach oben. Wie cool ist das denn? Das Flugzeug ist auch wirklich super, super, super doll schnell. Und es geht jetzt hier insgesamt, Katja, zum roten Flughafen. Ich kann mich hier sogar einmal drehen. Wow, wie cool ist das denn? Okay. Dann müsste jetzt gleich hier auf jeden Fall, genau, der blaue Flughafen mit unserem Häuschen kommen. Das ist sehr nice. Hier einmal drüber hinwegfliegen. Und es geht hier weiter in die Richtung zum roten Flughafen, wo sich auf jeden Fall super, super, super doll viel mehr Hundefutter befinden soll. Das können wir natürlich alles mitnehmen und dem Hundebesitzer am grünen Flughafen geben. Oh, sehr gut. Und hier haben wir den roten Flughafen. Oh, sehr gut. Okay, ich muss jetzt auf jeden Fall einiges langsamer werden. Bitte langsamer werden, langsamer werden. Und bitte hier landen. Oh, ich bin sehr schnell, ich bin sehr schnell. Und langsamer werden, langsamer werden. Und bitte hier landen insgesamt. Und ich bin gelandet. Sehr gut. Das hat super, super, super doll gut geklappt. Und hier sollte es auf jeden Fall super, super, super doll viel Hundefutter geben. Und da vorne ist die Kiste. Dort müsste tatsächlich das Hundefutter drin sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, tatsächlich. Das Hundefutter ist hier drin. Das nehme ich alles, 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 alles mit. Das ist super, super, super doll viel. Und dann geht es schnellstmöglich zum grünen Flughafen zurück. Dann kann ich hier wieder mein Flugzeug einsteigen insgesamt. Bitte einsteigen. Und zack. Sehr gut. Dann kann ich hier wieder ein bisschen beschleunigen. Und schneller, schneller, schneller. Nach oben, nach oben. Oh, sehr gut. Okay. Dann geht es hier diagonal nach oben. Wieder zum blauen, beziehungsweise dann zum grünen Flughafen. Hier haben wir schon den blauen. Dann geht es hier über unser Haus hinweg. Und hier vorne hinten müsste der grüne Flughafen sein. Und Moment mal. Hallo, Kata. Ich bin wieder da insgesamt. Und Lande. Nee, 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 nee. Okay, nochmal. Warte, ich bin da ein bisschen schnell. Hunde, Futter, Hunde, Futter. Ein bisschen abbremsen. Oh Gott. Und ich lande perfekt. Ich war das gut. Zack, gelandet. Sehr gut. Hallo, Kata. Schau mal, ich habe super, super, super viel Hundefutter. Yay. Ja. Wie gut ist das denn? Okay, das gesamte Hundefutter können wir jetzt hier vorne abgeben. Und Moment mal, das lege ich hier vorne zum Hund in die Kiste rein. Bitte schön, bitte schön, bitte schön. Das gesamte Hundefutter kommt hier rein. Das ist super, super, super viel. Oh, Hallöchen, wie süß. Danke. Jetzt habe ich genug Hundefutter für Herbert. Kein Problem. Als Dank schenke ich euch meinen Helikopter. Oh, wie lieb. Moment mal. Wir bekommen hier seinen Helikopter. Das ist der hier. Schau mal, wie cool ist das denn? Dankeschön. Und damit, Kata, kommen wir wieder zurück zu unserem Häuschen am blauen Flughafen fliegen. Das hat ja wirklich super, super, super doll gut geklappt. Schau mal hier. Oh, wie riesig ist der denn? Oh, der ist cool. Okay, ich steige auf jeden Fall hier ein. Du kannst vorne einsteigen. Oh, ich kann vorne einsteigen. Das ist nice. Okay, hier kommt auf jeden Fall wieder ein bisschen Treibstoff rein. Und wir können losfliegen. Das klappt ja super, super, super doll gut. Und es geht ab nach oben insgesamt. Und hier haben wir unser kleines, süßes Häuschen. Ich versuche mal hier nebendran zu landen. Und Achtung, festhalten, Kata. Oh, nö, 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 nö. Und hier bitte landen, hier bitte landen. Oh, das klappt sehr gut. Und wir sind gelandet. Aussteigen. Perfekt. Oh, sehr gut. Das hat super, super, super doll viel Spaß gemacht, hier 24 Stunden als Pilot zu arbeiten. Und wir haben einfach unseren eigenen Helikopter geschenkt bekommen. Das ist wirklich so, so doll cool. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut mit der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.